Hi! Leute, hallo! Ich bin nach einer minimalen Auszeit wieder zurück zu Apes Exodus und muss jetzt erstmal kurz hier klarkommen, weil ich mir überlegen muss, was ich jetzt tun muss. Ähm, ja, 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 okay. Ähm, ich nehme mal an, dass ich die Straps links einsperren muss. Also auf jeden Fall den hier, weil der nervt ja schon mal gewaltig, dass ich da nicht hinkommen kann und... Ist das wirklich richtig? Warte, ich... Warte, nein, ich bin draufgekommen. Okay, ich versuch's einfach mal. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, was ist denn hier der Fall? Okay, da ist auf jeden Fall ein Scrap. Schrei nicht. Okay. Ähm, ich lad mich auf. So, und... Okay. Ich hab... Was? Ich hab... Ich hab nix gem... Ich hab verloren? Okay, Moment. Oh. Okay, schade. Haha, ey, weil manchmal, dann schreien die so... Und ich kann mich in Ruhe chanten, aber... Ich glaube, eine Idee zu haben. Ähm, so. Chant. Ja, ich glaub, das ist richtig. Ich muss den rechts töten und den links töten, damit ich... Ähm... Sollen wir mal auf den Trick? Okay, das ist gut. Damit ich freie Bahn hab. Okay, machen wir jetzt erstmal so. Run... Ich sag's doch, es klappt. Okay, sehr schön. Bl-bl-bl-bl-matsch. Okay. Und jetzt kümmern wir uns noch um den letzten. Ja, 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 ja. Dam, dam, dam. Hallo, Scrap, mein anderer kleiner Freund. Komm her, ich merze dich nieder. Ich tu dir weh. Ich hab dir weh getan. Oh ja. Und das tut mir gut, nicht dir. Entschuldigung. Ja, okay. Jetzt kann ich hier beruhigt durchrennen. Um die Schalter zu aktivieren, nehm ich einfach mal an, dass ich das kann. Hoffe ich jedenfalls. Boah. Okay, und Leute, ich hab so Bock, wir jetzt weiter hier zu spielen, dass ich heute wieder versuche, drei Folgen Ape aufzunehmen. Ich verspreche nichts. Ich möchte nichts versprechen, da ich es nicht weiß. Aber falls es ist, macht euch bereit. Aufgefasst und Monster lag. Aber egal. Bams. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. La, 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 la. Ich möchte bitte bald. Und what the fuck, schon wieder ein Monster lag. Was los, Ape? Okay. Ah, ja, es tut so gut, weiterspielen zu können. Ah, das hab ich vermisst die letzten Tage. Aber das musste mal sein, denn ich hatte was vor. Tut mir leid. Für all die, die darauf gewartet haben, aber... Ich bin froh, dass ihr... Ja, dass ihr das verstanden habt. Gefällt mir doch. Finde ich gut. Danke euch. Wie hieß das nochmal? Die Grabstätte der Scraps? Äh, hieß es, hieß es... Also ich weiß auf jeden Fall, damals hieß es... Und hier ist ein Geheimgang. Damals hieß es auf jeden Fall Paramonia. Hieß es... Ach, ich verstehe. Ich darf mich beeilen. Oh, okay. Okay, ich speichere mal. Und what the... Mir will es nicht gefallen, dass es so krass laggt. Also so, wirklich so richtig übelst krass. Wow, 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 what the fuck? Ähm, ich ahne, schrecklich ist. Ich muss die jetzt schnell da hochholen, oder? Mitkommen. Hallo, du hinten auch. Mitkommen. Okay. Ähm. Ich muss jetzt nicht wirklich das machen, was ich denke, oder? What the fuck? Okay, ähm. So, schon mal nicht. Das ist gut. Das ist scheiße. Okay, ähm. Das wird ja wohl richtig sein. Okay, mir kommt. Okay, okay. So, das wird auch richtig sein, hoffe ich, wenn der jetzt noch runterkommt. Okay. So. Da oben. Ach, das wird mir angezeigt. Ey, warte. Okay. So, sehr schön. Okay. Ah, warte. Ach, da oben. Ah, das hab ich gar nicht gesehen. So, ich hoffe, das geht jetzt. Klar hier. So, hier alle. Wir alle. You, you, you. Mitkommen, 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 mitkommen. Und da oben auch. Und runter. Uh, fu, fu, fu. Ahlalala. Okay, ich hoffe, ich kann hier irgendwie das wieder anmachen. Ahlalala. Okay, schnell weg hier. Schnell weg hier. Okay. Und rein da. Bin ich jetzt sicher? Ja. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ahlalala. Quicksafe. Auf den Erfolg. Und warum, oh mein Gott, das Lag gerade so übel ist. Ich muss gleich mal nach den ersten 10 Minuten was tresten. Genau. Was testen. Scraborama, Jagdrevier und Abdeckerei. Seht, wie Scraps unbeholfen Mudokon-Arbeiter angreifen. Äh, hört sich wie Lux mit Füßen zertrampelt werden. Spürt die zärtliche Berührung von Flexes-Zungen. Mit unfreundlicher Unterstützung der Souls. Was zum... Cool. Also sie bauen... Sie bauen ein Lag-Zentrum auf. Oder was? Ist los hier. Das will mir gar nicht gefallen, dass es gerade so krass ist hier. Das geht mir ein bisschen auf den Sack, ehrlich gesagt. Ja. Und ach, warte, Moment. Ich bin dem Nest so nah, sehe ich gerade wieder. Ja, 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 ja. Ja! Okay, hier ist das Nest. Und ich nehme an, oben. Wusch. Oh yeah. Ähm... Ähm... Wie komme ich nach hinten? Nach durch so eine Röhre. Okay. Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum. Komischerweise, wenn es bei Project Zero laggt, dann sieht man es nicht auf der Aufnahme. Aber wenn es hier bei Ape laggt, dann... Dann sieht man es jedes Mal bei der Aufnahme, glaube ich, jedenfalls, dass man das sieht. Ähm... Wo geht das nochmal lang? Cool, Ape. Cool. Dufte von dir. Gut, ich muss mich auf jeden Fall wieder beeilen. Das sieht man ja schon. Oh, Alter, das geht gar nicht. Ich kann so nicht spielen. Das ist ja ätzend. Nee, wie gesagt, noch den ersten 10 Minuten. Also jetzt ist es noch 5 Minuten. Na, 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 na. Werde ich mal schauen, was der... Geile Rechner wieder. Nur Moment, da unten sind Flaschen. Erstmal... Geheimgang. Da ist was. Ja, war klar. What the heck? Du kommst da nicht runter... Doch, du kommst da runter! Nein! Nein! Alter, hau ab! Scrap! Nein! 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 Der war zu schnell! Okay. Ähm... Ich hab nicht richtig Gas gegeben. Ich muss... Schneller sein, wollte ich grad sagen. Ja... Äh, nein. Ich muss direkt losrennen, so. Quick Save. Und jetzt lag... Dreck. Ja, genau. Und lag noch Dreck dazu. Alter, das geht gar nicht. Das sieht man auch gleich auf der Aufnahme. Von Fettwilders in der ganzen... Stockt. Und das ist scheiße. Das ist richtig beschissen. Ich glaub, das war scheiße. Ich glaub, das war scheiße. Nein! Es war so nah dran. Es war so nah dran. Ich war so nah dran. Der Chant, der braucht zu lang. Der Chant, der braucht zu lang. Ähm... Ja! Moment, ich probiere es wie folgt. Oh ja! Ähm... Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Geh nach da. Geh ganz nach da, Scrap. Und Abe? Renn direkt! Renn! Renn! Äh, Quatsch, nicht du. Renn! Okay, Abe, renn! Renn, 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 du... Ja, es klappt, glaub ich. Es klappt, glaub ich. La, la, la. Ja, wow. Cool, ich freu mich gar nicht mehr zu weilen. Toll. Ich mach es mir mal wieder schwerer, als es eigentlich ist. Hallo, Scrap da oben. Versager. Guck mal. Und... Rappada! Sind wir da? Oh nein, das sieht da jetzt schon geil aus. Was muss ich denn hier machen? Ich nehme nicht an, dass ich was mit dem Scrap machen muss. Muss ich wahrscheinlich das gleiche. Ich probiere es heute mal. Also da kommen Scraps raus. Oder was heißt das? Ich hab keine Ahnung. Jedenfalls, hau ab da. Scrap! Okay, dann muss ich das machen. Achso! Jetzt verstehe ich. Okay, ähm, töte mich. Kill me! Kill me! Bam! Er hat mich getreten. Er hat mich getreten. Zu Tode getreten. Mit deinen komischen spitzen Füßen. Toll! Das war ja geil! Ja, Wiederholungsspiel. Schrei! Nein, du sollst... Weil, wenn der schreit, dann kann ich, glaube ich, unbesorgt rennen. Warte, dann musst du erstmal was anderes machen. Hau rein! Okay, weichern. Ach, ich bin ja so blöd. Genau andersrum. Erst chunten und dann... Ja, mach! Tritt mich doch weg! Döde, döde! Lecker Mudokottfleisch, ne? Kleiner Scrapi. Boah, und der Leck ist unerträglich. La, 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 la. Okay. Soulstrom Kennels. Schnell, 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 schnell. Ey! Okay. Ich hoffe mal, das ist richtig. Jetzt geht er hoffentlich links das Ding auf. Hallo. Mitkommen. Schneller, 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 schneller. Yeah, mein Babys, wir haben es geschafft. Okay, wehe, da kommt jetzt noch was, das war schon hart. Ähm, ähm. Okay, ich habe zu langsam reagiert. Töte mich. Danke, danke, Data. Nein, ach kommt schon. Mir geht's gut. Okay, passt auf. Ähm. Wir machen's wie vor... Okay, direkt ihr alle. Ihr alle. Jum, Jum. Willkommen. Okay, 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 okay. Hahaha. Wow. Wow, war's das? Jo, scheint nichts mehr zu sein. Okay, und perfekt zu den 10 Minuten und vor diesem ekelhaften Lag-Abenteuer, das ging ja gar nicht jetzt. Was zum? Verabschieden wir uns, indem ich hier wieder zurückkehre. Ui, ach, na, natürlich genau dahin. Ähm, das ist ein scheiß Ende, wollte ich gerade sagen. Ja, das ist ein ziemlich beschissenes Ende. Okay, äh, wir verabschieden uns damit, dass mir ein Schnabel ins Kreuz gerannt wurde und dich zerstückelt, die nochmal gleich retten darf. Okay, Leute, Quicksave, ich sag mal, ich starte neu, hoffentlich dann ohne Lags. Bis gleich, ciao. Ciao.